Keine allzu große Überraschung dafür, aber eine umso größere Ehre. Bayern-Keeper Manuel Neuer ist neuer Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und damit Nachfolger von Bastian Schweinsteiger, der gestern beim 2 zu 0 Sieg Deutschlands gegen Finnland offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden war. Bye-bye und danke Basti, welcome und Gratulation Manu. Letzte Trainingseinheit in dieser Woche an der Säbener Straße, ohne neun Nationalspieler, dafür aber mit Kingsley Coman. Der Franzose absolvierte heute, rund zwei Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung, wieder Läufe auf dem Platz. Es geht aufwärts. Dazu gab es goldigen Besuch beim Training der Profis. Südafrikas Goldmedaillengewinner und Weltrekordler über 400 Meter, Wade van Niekerk, schaute schnell mal vorbei. Nicht nur, um sich ein Bayern-Trikot mit seiner Fabel-Weltrekordzeit von 43,03 Sekunden als Rückennummer signieren zu lassen. Das nächste Training für Xabi Alonso und Co. ist für Montagnachmittag geplant. Dann auch wieder mit Chefcoach Carlo Ancelotti, der mit Nationalmannschaftsabstellperioden, wie die in dieser und Anfang kommender Woche, gut umzugehen weiß. Ein langes Wochenende also für die Nicht-Nationalspieler des FC Bayern München. Anders sieht das bei den Frauen aus. Die bestreiten nämlich am Samstag um 16 Uhr ihr Auftaktspiel in der Allianz Frauen-Bundesliga. Gegner im Stadion an der Grünwalder Straße ist der SC Freiburg. Drei Punkte sind das klare Ziel, um die Mission Titelverteidigung möglichst schwungvoll zu beginnen. Möglichst erfolgreich will sich das Team um Goldmedaillengewinnerin Melanie Behringer diese Saison auch auf dem internationalen Parkett präsentieren. Der Gegner in Runde 1 der Champions League wurde heute in Nyon ermittelt. Es ist die schottische Mannschaft, Hibernian Edinburgh, sicher ein machbares Los für die Bayern-Frau.